Dokumentversionen vergleichen und zusammenführen Einleitung Wenn Sie Dokumente in mehreren Versionen vorliegen haben, kann es leicht vorkommen, dass Sie den Überblick verlieren, wenn diese nicht gut nachverfolgbar sind. Sie wissen nicht mehr, welche die aktuellste Version ist. Sie möchten beispielsweise wissen, worin sich die Versionen V2 und V2S unterscheiden oder diese zu einem Enddokument zusammenführen. Wie geht das? Mit Word 2016 können Sie sie schnell und einfach vergleichen und zusammenführen, egal ob Lebenslauf, Unternehmensbericht oder Kurzgeschichte. Ob Sie selbst mehrere Entwürfe erstellt haben oder diese Versionen von mehreren Personen stammen, spielt keine Rolle. Wie Sie die Unterschiede zwischen zwei Dateien mit der Funktion Vergleichen schnell feststellen und mit der Funktion Kombinieren zusammenfügen, schauen wir uns gleich an. Dokumentversionen vergleichen Öffnen Sie zuerst eine der beiden Dokumentversionen, die Sie vergleichen möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte Überprüfen. Gehen Sie dann in der Gruppe Vergleichen auf die Schaltfläche Vergleichen. Ein Dropdown-Menü wird eingeblendet. Wählen Sie Vergleichen aus. Das Dialogfenster Dokumente vergleichen erscheint. Klicken Sie unter Originaldokument auf den gelben Ordner und wählen Sie das gewünschte Dokument aus. Klicken Sie anschließend unter Überarbeitetes Dokument auf den gelben Ordner und wählen Sie das zweite Dokument aus. Klicken Sie auf OK. Schon sind die beiden Versionen verglichen. Auf der linken Seite sehen Sie die einzelnen Überarbeitungen. In unserem Beispiel sind es insgesamt acht. Im mittleren Bereich unter Verglichenes Dokument wird durch einen roten Strich markiert, in welcher Zeile Änderungen stattgefunden haben. Klicken Sie auf den roten Strich, um alle Änderungen direkt im Text einzublenden. Auf der rechten Seite befindet sich oben das ursprüngliche Dokument, das Sie als Originaldokument ausgewählt haben. Unten wird das zweite Dokument eingeblendet. Dokumentversionen zusammenführen Um zwei Dokumentversionen zusammenzufügen, öffnen Sie eine der beiden Dateien. Gehen Sie auf die Registerkarte Überprüfen. Klicken Sie in der Gruppe Vergleichen auf die Schaltfläche Vergleichen und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option Kombinieren aus. Das Dialogfenster Dokumente zusammenfassen wird eingeblendet. Wählen Sie nun die beiden Dokumente aus, die Sie zusammenfügen möchten und klicken Sie auf OK. Wählen Sie nun aus, welche Version Sie beibehalten möchten und klicken Sie auf Zusammenführung fortsetzen. Fertig! Fertig! Fertig!